In dem heutigen Video zeige ich euch heute detailliert die Target ProGrip Evo Schäfte in der 48mm Version. Viel Spaß beim Schauen des Videos. Die Target ProGrip Evo Schäfte kommt schlicht in der typischen Target üblichen Plastikverpackung. Auf der Oberseite seht ihr das Target Logo, dann ProGrip und drei Schäfte sind enthalten. Ein kleines Sichtfenster, wo ihr schon einmal die Schäfte seht. Auf der Rückseite eine kurze Beschreibung in welchen Größen die Darks gibt. In Short in 34mm, Short Plus in 37,5mm, Intermediate Plus in 44mm und Medium in 48,5mm. Und noch ein paar kleine Details. Nun zum detaillierten Lieferumfang des Hefts. Das Unterteil mit dem Schachtring. Danach das Top aus Nylon mit dem ProGrip Evo Aufdruck. Und der Flightring für die Flights für einen besseren Halt. Die Details der Schäfte. Die Schäfte gibt es in fünf verschiedenen Längen. Einmal in 34mm, einmal in 37,5mm, einmal in 41mm und in 44,5mm und 48mm. Zu den Farben. Es gibt Gold-Schwarz, Schwarz-Schwarz, Silber und Weiß, Blau mit Blau, Grün und Grün und ein rotes Unterteil und ein rotes Oberteil. Der Preis der Schaft-Kombi beträgt 3,95€. Und für die Ersatz-Toffs mit neunem Stück von den Toffs ist auch 3,95€. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Und für die Ersatz-Kombi beträgt 3,95€.